Dieses Video hier wird vielleicht mein härtestes Video überhaupt. Wer also die Wahrheit nicht ertragen kann oder zumindest die Meinung, die Perspektive eines anderen Menschen, in diesem Fall meine Meinung und Perspektive, nicht ertragen kann, sollte in diesem Video wirklich besser abschalten. In diesem Video geht es um das ganze Thema Werkstatt für behinderte Menschen und sind diese Werkstätten tatsächlich eine Ausbeutung der darin arbeitenden Menschen. Wie komme ich auf dieses Thema? Nicht nur deshalb, weil ich ja in der Vergangenheit selber in so einer Werkstatt arbeiten sollte, nicht nur deshalb, weil ich natürlich auch viele Freunde habe, die in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, nein, insbesondere deshalb, weil ich mit diesem Thema immer wieder konfrontiert werde, weil es inzwischen sehr viele Aktivisten gibt, die natürlich auch selber behinderte Menschen sind, die dort gearbeitet haben oder arbeiten und die sich zum Beispiel im Internet dafür stark machen, dass die Löhne für die Beschäftigten in der Werkstatt für behinderte Menschen erhöht werden, welche sagen, hey, wir werden hier ausgebeutet in diesen Werkstätten, wir arbeiten genauso hart, wir leisten genauso viel, ganz, ganz wichtig, wir leisten genauso viel wie jemand auf dem ersten Arbeitsmarkt und da kann es einfach nicht sein, dass wir irgendwie nur drei oder vier oder fünf Euro pro Tag verdienen. Ja, und diese inzwischen zahlreichen Aktivisten, dessen arbeite ich natürlich sehr, sehr schätze und alles Gute, nur das Beste und ich unterstütze euch auch im Zweifelsfall und so weiter und so fort, haben mich zum Teil auch angeschrieben, haben mir Nachrichten geschickt, wollen mit mir diskutieren über Behinderungen und Werkstätten und so weiter und so fort und ich muss ganz klar sagen, dass ich Real Talk an dieser Stelle, ja, es geht mir hier einfach darum, ehrlich zu sein, ich möchte niemanden anlügen, ich möchte eine realistische Perspektive auf die real existierenden Probleme gewinnen, dass ich da ein Stück weit anderer Meinung bin. Ich bin nicht der Meinung und das ist jetzt sehr, sehr hart, ich weiß, dass jetzt viele meiner Zuschauer da vielleicht auch emotional reagieren werden. Bitte schaut euch auf jeden Fall dieses Video und meine Argumentation hier ganz bis zum Ende an. Ich bin nicht der Meinung, dass Menschen in Werkstätten für Behinderte, ja, in dem Maße oder so ausgebeutet werden, wie es von diesen Aktivisten häufig behauptet wird. Es gibt ein ganz, ganz anderes großes Problem dieser Werkstätten für behinderte Menschen und da gibt es auch, ja, eine tatsächliche Ausbeutung. Diese Ausbeutung sieht allerdings etwas anders aus, als es immer und immer wieder dargestellt wird. Aber dazu komme ich natürlich auch noch in diesem Video. Ja, was ist jetzt mit der Behauptung, dass Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, zu wenig Lohn verdienen, weil sie genauso viel leisten wie jemand auf dem ersten Arbeitsmarkt und es deswegen nicht sein kann, dass man nur drei, vier oder fünf Euro bekommt. Erstens muss man ganz klar sagen, dass jemand, der dort arbeitet, ja nicht nur drei, vier, fünf Euro pro Tag bekommt, denn dann würde die Person ja nur, was weiß ich, 120 oder 150 Euro im Monat zur Verfügung haben. Die Person hat aber nicht nur 150 Euro im Monat zur Verfügung, sondern sie hat das gesamte Sozialgeld, denn diese Menschen bekommen ja auch noch aus dem Sozialtopf eine Grundsicherung. Das heißt, die Wohnung wird noch bezahlt, es gibt den, es gibt einen Regelsatz, den man bekommt, plus es gibt den Werkstatt, den geringen, den kleinen Werkstattlohn, ja, das ist hier, steht außer Frage, dass das sehr, sehr wenig ist, das bekommen diese Leute ja insgesamt. Das sind dann ungefähr, Krankenversicherung wird auch noch bezahlt, das sind dann ungefähr, ja, 1000 Euro. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist erstmal das eine. Jemand, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, bekommt nicht nur fünf Euro am Tag und 150 Euro im Monat, sondern er bekommt insgesamt dafür, dass er da tätig ist, in etwa, es schwankt immer auch so ein bisschen von Werkstatt zu Werkstatt, von Region zu Region, 1000 Euro insgesamt pro Monat. Viele werden jetzt sagen, ja, arbeite du doch aber erstmal für 1000 Euro im Monat. Ja, da muss ich euch erstmal den Wind aus den Segeln nehmen. Ich, wie gesagt, ich sollte ja früher selber in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Ich wurde selber erwerbsunfähig geschrieben, habe mich dann selbstständig gemacht und Real Talk an dieser Stelle, ich arbeite selbstständig für 1000 Euro im Monat. Ja, also diese Kritik, die kann an dieser Stelle nicht zielen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr wenig. Wir können das kritisieren und Grundsicherungsempfänger, übrigens auch Hartz-IV-Empfänger, also Grundsicherungsempfänger Hartz-IV und erwerbsgeminderte Personen kriegen grundsätzlich zu wenig aus dem Sozialtopf. Ja, das steht außer Frage. Trotzdem ist erst einmal die Behauptung, dass man nur fünf Euro am Tag bekommen würde, falsch. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Leute in einer Werkstatt für behinderte Menschen da so krass arbeiten, also so viel leisten, das ist ja immer das, was gesagt wird, genauso viel leisten. Wir müssen ganz, ganz hart arbeiten, wie Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wieso kriegen wir dann nicht zumindest den Mindestlohn von dann jetzt demnächst 12 Euro oder vielleicht sogar 15 Euro und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr schwierig und ich werde auch sagen, warum. Achtung, Trigger, jetzt kommt eine Trigger-Frage, die ich stelle an die betreffenden Aktivisten oder natürlich auch Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Personen arbeiten. Wenn das so ist, warum arbeitet ihr dann nicht einfach auf dem ersten Arbeitsmarkt? Das könnte ich jetzt ja sagen, wenn ihr genauso viel leistet wie jemand auf dem ersten Arbeitsmarkt und es da eigentlich gar keinen Unterschied gibt, ja, und dass es deswegen auch gar keine Rechtfertigung gibt, dass ihr nicht auch 12, 13, 14, 15, 20 Euro pro Stunde bekommt, warum arbeitet ihr dann nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt? Das ist ja die einfachste Lösung. Die Antwort an dieser Stelle wird jetzt aber sein, weil wir es nicht können. Real Talk an dieser Stelle. Wir schaffen es nicht, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten wegen unserer Behinderung, wegen unserer Beeinträchtigung, egal ob psychisch oder körperlich. Das müssen wir erst einmal hier festhalten. Wir müssen des Weiteren erst einmal fixieren, dass die Plätze, und das ist jetzt so wichtig, in einer Werkstatt für behinderte Menschen, künstlich geschaffene Arbeitsplätze sind, jetzt wird es wieder hart, Achtung, Trigger, die, das ist so hart, das ist, wow, ich werde es einfach sagen, die eigentlich keiner benötigen würde, die man in der freien Wirtschaft, sage ich mal, auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht existieren würden, die man nicht in Häkchen brauchen würde, wenn man den Bedarf nicht künstlich erzeugen würde. Das sind künstlich geschaffene Arbeitsplätze, damit Menschen mit einer Behinderung eine Beschäftigung haben. Das ist doch hier der Knackpunkt. Und jetzt kommt es ganz, ganz knüppeldick. Bitte checkt auch die Einblendung, die ich jetzt hier an dieser Stelle in diesem Video mache. Damit man überhaupt als Mensch mit einer Behinderung in einer Werkstatt für Behinderte arbeiten kann, muss man aus dem Sozialtopf eine Kostenübernahme beantragen. Eine Kostenübernahme beantragen, weil nämlich jeder Arbeitsplatz, der künstlich geschaffen wird in so einer Werkstatt, aus dem Sozialtopf Geld kostet. Das heißt, jemand, der in solch einer Werkstatt arbeitet, ich weiß, das ist so hart, was ich jetzt sage, aber bitte basht und bitte kritisiert und dislike jetzt nicht den Überbringer der bösen Nachricht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich sage hier nur, wie es ist, dass wir wirklich hier einen realistischen Grund und Boden kriegen. Und wir müssen auch ganz klar sagen, nochmal, Realtalk, an dieser Stelle, es traut sich ja auch keiner, hier mal die Wahrheit auszusprechen. Ja, da hat ja auch keiner die Eier dazu. Ich mache es jetzt einfach in diesem Video, ja, weil das ist mein Anspruch an mich selber, das ist mein Anspruch an diesem Kanal, halt einfach zu sagen, wie es ist. Ja, worauf wollte ich hinaus? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jeder Arbeitsplatz nicht Geld erwirtschaftet, wie es auf dem ersten Arbeitsmarkt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Autowerkstatt arbeite, wenn ich irgendwo in einem Kaufhaus arbeite, wenn ich, so wie ich, mich selbstständig gemacht habe, sondern das kostet. Es ist kein Plus, sondern es ist ein Minus. Weil damit das überhaupt stattfinden kann, wird massiv das aus dem Sozialtopf bezuschusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss eine Kostenübernahme für beantragt werden. Warum kostet das Geld? Richtig, weil nämlich die Person, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, die ja nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann, weil sie es nicht schafft. Wenn ihr es schafft, dann geht dahin, dann ist das ganze Problem gelöst. Es ist doch ganz wichtig zu verstehen. Weil da zum Beispiel Assistenzen für eingestellt werden. Wer in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, hat zum Beispiel vielleicht Assistenzen. Zumindest gibt es da Leute, die denen immer mal wieder auf die Finger gucken, die die ganz intensiv anlernen. Es gibt vielleicht sogar für gehbehinderte Menschen oder Menschen mit, ja zum Beispiel mit Trisomie 21, das sind nur Beispiele, oder schwerautistische Menschen zum Beispiel Fahrdienste, die diese Personen von zu Hause oder aus dem Wohnheim abholen und dahin bringen. Das sind alles Leistungen. Das kostet doch alles Geld. Ja, auf dem ersten Arbeitsmarkt, der irgendein Verkäufer oder irgendein Automechaniker, der kommt selbstständig zur Arbeit. Ja, der zahlt vielleicht sogar noch Sprit dafür, weil er immer zu einer anderen Stadt fahren muss, zu seinem Arbeitsplatz mit seinem eigenen Auto. Da zahlt er sogar noch von seinem Lohn den Sprit. Der hat keinen Fahrdienst. Ja, das sind alles Sachen, die kosten Geld. Und die muss man natürlich von der Wirtschaftsleistung einer jeden Person, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, abziehen. Das ist ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle zu verstehen. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass, das ist auch Realtalk an dieser Stelle, man einfach auch Narrenfreiheiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen hat, die man auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht hat. Ich weiß, dass immer wieder auch gesagt wird, auch von den entsprechenden Aktivisten, die sich da stark machen. Ja, mit uns wird ganz streng umgegangen und so weiter. Und wenn wir mal nicht unser Leistungspensum bringen, dann werden wir ausgeschimpft und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich kenne auch genug Leute, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Es mag sich auch von Werkstatt zu Werkstatt ein bisschen unterscheiden, aber man hat da schon sehr viel mehr Narrenfreiheiten als auf dem ersten Arbeitsmarkt. Da kann man sich zum Beispiel einfach mal für zwei Wochen, wenn man es meint, ich kann gerade nicht arbeiten, dann geht man halt einfach nicht hin und wird nicht gekündigt. Man kann auch mal, es kann auch mal passieren, dass man die Nerven verliert, dass man da ausflippt und randaliert. Ja, das sind alles Sachen, Beispiele aus der Praxis, die ich selber miterlebt habe auch. Da wird man auch nicht gekündigt. Man wird im Endeffekt aus so einer Werkstatt nie gekündigt. Man wird da nie rausgeschmissen. Man kann da fast alles machen, was man will. Ja, es hat keine wirklichen Konsequenzen. Da ist es nicht so, dass wenn man sein Pensum nicht schafft, dass man dann da angetriezt wird und ausgeschimpft wird auf dem ersten Arbeitsmarkt, auf dem ersten Arbeitsmarkt wird man dann rausgeschmissen. Das ist die Wahrheit. Und das sind alles massive Unterschiede zwischen einer Werkstatt für behinderte Menschen, einer künstlich geschaffenen Stelle, für die massiv bezuschusst wird, für die gezahlt wird, dass diese Stelle überhaupt existieren kann, aus dem Steuertopf und dem ersten Arbeitsmarkt. Ja, das sind große Unterschiede. Und in Anbetracht dieser Tatsache, und das ist das, was ich an diesen Forderungen, die die bestreffenden Aktivisten bringen, sagen, kritisieren muss, finde ich es etwas schwierig zu sagen, wir bekommen zu wenig Lohn für das, was wir hier leisten, wenn das, was geleistet wird, schon im Vorhinein eigentlich ein Minusfaktor ist, weil das nur dafür existiert, weil es bezuschusst wird. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe eine künstlich geschaffene Arbeitsstelle, dass ich eine Tätigkeit habe, die vom Sozialtopf bezahlt wird, unter massiven Bezuschussungen. Ich sage aber gleichzeitig, für das, was ich hier mache, bekomme ich noch zu wenig Lohn. Es ist schwierig. Ich gönne das jedem, der in so einer Werkstatt arbeitet, dass er viel Geld bekommt. Ich gönne das übrigens auch jedem Hartz-IV-Empfänger. Ich gönne das sogar jedem Sozialschmarotzer, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass Menschen eigentlich arbeiten wollen und die Leute, die immer sagen, ich habe keinen Bock auf Arbeit, dass die in gewisser Weise krank sind, weil die vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit dem Arbeitsleben gemacht hat und so weiter und so fort. Jeder, der meine Videos zum Thema Arbeitslosigkeit, Stigmatisierung und so weiter kennt, kennt diese Argumentation. Ich gönne es wirklich jedem. Aber diese Argumentation, für meine künstlich geschaffene Arbeitsstelle, die aus dem Sozialtopf nur Geld kostet, bekomme ich noch zu wenig Gehalt. Die ist einfach extrem schwierig. Und unter diesem Standpunkt ist auch diese Behauptung, wir werden hier nur ausgebeutet, schlicht und ergreifend falsch. Ja, trotzdem habe ich gesagt, dass es ein real existierendes Problem mit diesen Werkstätten für behinderte Menschen gibt. Und das ist eine Sache, die ich auch schon seit Jahren kritisiere. Und ich mache das auch in diesem Video einmal ganz deutlich, sage es in diesem extra Video zu diesen Werkstätten. Es gibt viele Menschen, die sind mit diesen Werkstätten sehr zufrieden. Die Werkstätten sind eigentlich da und können meiner Meinung nach auch gerne dafür da sein, dass behinderte Menschen, insbesondere schwerstbehinderte Menschen, zum Beispiel, wenn sie eine Tätigkeit haben wollen, wenn sie arbeiten wollen, wenn sie was machen wollen, ja, dass sie das haben können, dass sie eine Tagesstruktur haben können, dass sie vielleicht ein Mittagessen dort bekommen. Übrigens, auch das ist in aller Regel in so einer Werkstatt da inklusive. Ein warmes Mittagessen, das man da bekommt. Ausflüge sind ja auch, da werden ja sogar häufig, also zumindest bei der mir bekannten Werkstatt, werden ja sogar Ausflüge auch gemacht. Das ist da alles mit drin, ja. Wo hat man das auf dem ersten Arbeitsmarkt? Aber sei es drum geschenkt. Ja, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein Plus ist für diese Menschen, eine Tagesstruktur zu haben, auch soziale Kontakte zu haben. Dass zum Beispiel eine schwerstkörperlich behinderte Person, die, wenn sie ohne Betreuung zu Hause wäre oder im Heim wäre oder jemand zum Beispiel mit Trisomie 1,20 oder mit Autismus, dass er eine Assistenz bekommt und in einem künstlich geschaffenen Rahmen etwas mit seinen Händen, mit seinem Kopf oder wie auch immer arbeiten kann, dass der eine Beschäftigung hat. Das ist eine schöne Sache. Und da viele Leute sind auch sehr froh darüber, dass sie diese Möglichkeit haben. Dafür sind Werkstätten für behinderte Menschen da. Und das kann auch meiner Meinung nach gerne so bleiben. Und dann gibt es ja trotzdem noch ein paar Euros oben drauf, um das auch noch anzuerkennen, dass diese Leute dort was machen. Das große Problem ist, dass den Menschen, die in eine Werkstatt für Behinderte gehen, häufig seitens der Werkstätten suggeriert wird, als Lockangebot, hey, komm doch mal zu uns in die Werkstatt. Bei uns kannst du eine Ausbildung machen. Wir machen dich fit für den ersten Arbeitsmarkt. Mach bei uns deine Ausbildung oder lerne ein gutes Handwerk und dann kommst du auf den ersten Arbeitsmarkt. Oder um es mal ganz krass zu sagen, du kannst bei uns deine Karriere anfangen. Das ist der erste Schritt für deine neue Karriere und so weiter und so fort. Und das ist schlicht und ergreifend eine dicke, fette Lüge. Das ist ganz wichtig. Es gibt offizielle Vermittlungsquoten von 1 bis 2 Prozent. Dass nur ein oder zwei Prozent der Menschen in diesen Werkstätten überhaupt auf den ersten Arbeitsmarkt jemals schaffen, dahin vermittelt werden. Ich habe in dem Gespräch mit dem Michael Schmitz von Saale und Partner das Interview, das ich gemacht habe. Das verlinke ich euch gerne im Abspann zu diesem Video. Der hat sogar gesagt, seiner Erfahrung nach ist die Vermittlungsquote, die Chance aus einer Werkstatt für behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, gleich 0 Prozent. Ich habe gesagt, ich habe gehört, das sind 1 Prozent. Er sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, das sind 0 Prozent. Das ist eine ganz klare, meiner Meinung nach, ich sage es so wie es ist, das ist nur meine Sicht, das ist meine Meinung, das ist meine Erfahrung. Und ich habe ein bisschen Erfahrung. Es ist eine Lüge. Menschen werden angelogen, um in diese Werkstätten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, bei uns kannst du Karriere machen, reingelotst zu werden, um dort zu arbeiten. Und das ist der wahre Missstand. Man macht, man geht nicht in die Werkstatt für behinderte Menschen, um Karriere zu machen oder eine Ausbildung zu machen, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen oder das dicke Geld zu verdienen. Da geht man ja gar nicht für in diese Werkstätten rein. Deswegen ist alleine auch die Beschwerde, wir verdienen hier nicht das große Geld schon falsch, weil das gar nicht die Begründung ist, warum man da reingehen sollte. Sondern man tut das schlicht und ergreifend, um eine Tagesroutine zum Beispiel zu haben. Eine Beschäftigung. Warum erzählen diese Werkstätten den Menschen das? Kommt zu uns und macht Karriere. Warum wird diese Lüge aufgebaut? Nochmal, ich sage es ganz klar, wie es ist. Es ist eine Lüge, zumindest meiner Meinung nach. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch unterschreibt, dass das eine Lüge ist. Diese Lüge wird erzählt, weil diese Werkstätten natürlich auch eine Bürokratie haben. Das ist ja eine Bürokratie-Maschine. Und dort arbeiten ja auch Festangestellte, die keine Behinderung haben, sondern die das gelernt haben. Also es arbeiten ja auch Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt in diesen Werkstätten. Dieser ganze bürokratische Apparat, der wird wiederum dadurch finanziert, dass es eben Menschen gibt, die in diesen Werkstätten arbeiten. Und deswegen hat man das ganz, ganz gerne oder möchte natürlich möglichst viele Leute, die dort arbeiten, da reinziehen, um dann am Ende wieder, und das ist jetzt wirklich heftig, die Leute, die eine reguläre Arbeit dort nachgehen, als die Festangestellten im System des ersten Arbeitsmarktes, um denen ein Gehalt auszahlen zu können, aus dem Sozialtopf. Wiederum. Weil der Sozialtopf, wir haben das ja vorhin schon gesehen, müssen ja, wir zuschussen das ja, die blechen das ja. Und deswegen wird das immer weiter, ja, aufrechterhalten, dass diese Menschen halt einfach dort sich darüber finanzieren, die diese Werkstätten betreiben, die festangestellt in diesen Werkstätten arbeiten. Und das ist der wahre Missstand, dass behinderten Menschen erzählt wird, eine Lüge erzählt wird, du kannst hier Karriere machen, damit man sich finanzieren kann. Und wenn man das alles so betrachtet, dann wird es zum einen klar, wie es auch zu diesem Irrtum kommen kann, so nach dem Motto, wir leisten hier ganz viel und wir haben mehr Geld verdient, wir werden hier ausgebeutet. Man wird in dem Sinne da ausgebeutet, dass einem erzählt wird, du kannst hier Karriere machen, man aber eigentlich auch weiß, dass es eine Lüge ist, in sehr vielen Fällen. Real Talk, jeder, der da arbeitet, behaupte ich jetzt einfach mal, weiß, dass es eine Lüge ist, dass die behinderten Menschen, die dort arbeiten, in dieser Werkstatt, als Werkstattbeschäftigte, dass die Karriere machen. Die wissen das, dass das nicht der Fall ist. Also es ist eine Lüge. Das ist der wahre Missstand und das ist die Ausbeutung, Leute da reinzulotsen und deswegen ist es auch nach wie vor mein Statement, bitte Leute, geht nicht in eine Werkstatt für behinderte Menschen, außer ihr habt für immer mit dem ersten Arbeitsmarkt abgeschlossen und wollt einfach nur mal irgendeiner Tätigkeit nachgehen, obwohl es da vielleicht auch bessere Möglichkeiten gibt, als das, zum Beispiel ein Ehrenamt oder genießt es halt einfach die Struktur da mit den anderen Leuten und so weiter und so fort. Das ist die einzige Begründung. Zumal, und das ist ein letzter Satz, dass ich es in diesem Video der Vollständigkeit halber auch noch gesagt habe, selbst wenn diese 1%, die eine Ausbildung in einer Werkstatt für behinderte Menschen tatsächlich abschließen, die haben dann immer auf ihrem Ausbildungszeugnis zu stehen, haben dann immer da stehen, wo sie das gemacht haben, nämlich in der Werkstatt für behinderte Menschen und ihr glaubt doch wohl nicht, dass Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt darüber erfreut sind, dass, oder, oder dass sie jetzt lieber jemanden einstellen aus einer Werkstatt, der dort einen Behinderten, jemand, der schon einmal erwerbsunfähig geschrieben war. Deswegen ist man doch da drin, diese Leute einstellt, anstatt jemanden, der eine reguläre Ausbildung irgendwo auf dem ersten Arbeitsmarkt gemacht hat. Das kann man doch wirklich nicht glauben und wer das bis jetzt geglaubt hat, dem sage ich an dieser Stelle, es ist nicht richtig. Meine Lieben, dieses Video war sehr, ja, ich sage mal, ich sage mal, desillusionierend, ja, es war mit Sicherheit hart, was ich gesagt habe, die Wahrheit tut manchmal weh, ich sage einfach mal, es ist die Wahrheit, es ist meine Wahrheit, ihr schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem sagt, was ich hier, als meine Meinung vorgetragen habe, so sehe ich das, das ist mein Statement oder meine Antwort auch an die ganzen Aktivisten, die mir immer wieder auch auf Instagram zum Beispiel Sprachnachrichten schicken und die da mit mir argumentieren wollen, das ist meine Sicht auf diese Dinge. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, wir werden, wir bekommen zu viel Lohn, warum habe ich hier ausgeführt, bitte bedenkt auch immer, dass es nicht so ist, dass ihr nur 5 Euro pro Tag bekommt oder 3, sondern ihr kriegt ja das gesamte Sozialgeld, so wenig das auch sein mag, plus den geringen Werkstattlohn und bitte bedenkt auch immer, wenn ihr sagt, ihr leistet genauso viel wie Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt, dass es einen Grund hat, dass ihr nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt seid, weil ihr nämlich den Bedingungen dort nicht standhalten könnt und dass ihr eventuell noch viele, viele andere Leistungen bekommt, die auch Geld kosten, die für euch bezahlt werden, wie Tagesausflüge, wie Assistenzen, wie eine große Kulanz auch euren, ja, wie soll ich das sagen, arbeitstechnischen Fehlern, Unzulänglichkeiten, Schnitzern, was weiß ich, Fahrdienste, all diese Dinge. Meine Lieben, ich hoffe, das Video war nicht zu hart, ihr seid mir nicht böse für die Wahrheit, aber ich möchte auch niemanden anschwindeln. Wie immer, haltet die Ohren steif, lasst die Finger von der Werkstatt für behinderte Menschen, das ist mein Rat für jeden, der noch nicht zu 100% mit dem ersten Arbeitsmarkt abgeschlossen hat, haltet die Ohren steif und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.